Hey, der war heftig. Was zur Hölle? Wow, ich hab bisher nur zwei Sterne gesammelt in 40 Minuten Spielzeit. Galaxie-Kompletter Schlafzimmer ist komplett abgeschlossen. Dankeschön. Ähm, na komm. Gehen wir in den Maschinenraum. So. Hatten wir direkt hier... Ja, im Schlafzimmer war ja... Du, direkt drüber war ja der... Oh, der Stern. Damit gehen wir einfach nach oben. Du, 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 du. Jetzt mich gefäßt da auch. Ne, halt. Moment. Ist die Loft. Ich will in den Maschinenraum runter. So. Nö, 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 nö. Drüben ist der Maschinenraum. So. Alles klar. So. Maschinenraum. In der Spiel... Nein. 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 Es ist der Stern. Danach mache ich aber Schluss für heute. Anflug auf Lila-Komäken. Lila-Münzen auf Florici. Der schwerste Stern im Spiel. Ich habe das letzte Mal drei Tage gebraucht. Sammle 100 Lila-Münzen von 150. Und komme wieder hin zurück. Wir unterbrechen dieses Video für eine dringende Meldung. Was Sie jetzt sehen werden, sind Tode. Viele Tode in einer einzigen Stage. Danke. Das Video wird nun weiterlaufen. Das Video wird nun weiterlaufen. Das Video wird nun wiederholen. Da ist die Survival, die erste Mal. Ja. Ich bin einfach so garanti. Hier ging so garanti. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht ganz. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 50 Münzen, ja. So, okay. Nicht stampfen. Da, 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 da. Okay. Ich komm da nicht drüber. Ich komm da nicht hoch. Ah. Wie komm ich da hoch? Äh, wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Hoch. Hä? Gut, ich merke mich, ich muss da erstmal eine Münze nehmen, dann muss ich mal rauskriegen, wie ich da hochkomme. Hä? What the fuck? Ja, Wiimote, du bist fast leer. Schön für dich. Schön für dich, dass du fast leer bist. So? So? so it's full du 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 ich hab 50 münchen mein freund aber ich sehe auch keinen anzug den ich mir holen könnte nicht wirklich habe ich heute irgendwo ein stern splitter aufgesammelt wo auch immer hier komme ich darüber okay wenn man das nicht dass ich mich damit zu haben das ganze schon mehr so feiern ist Dankeschön. Na komm. 90 Münzen muss ich haben. 90 Münzen habe ich. Ich habe noch 30 Sekunden. Und ich wette da hinten in der Mitte doch der Stern auf. Und in 20 Sekunden, ja natürlich. Sollte es möglich sein, darüber zu kommen. Dankeschön. Lalalala. 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 Gut. Ja, aus. Okay. Dann wieder. Tada. 116 Münzen. Okay. So. Nein. Okay. Das war's für heute. Okay. Ich bin Sarawak. Ich habe keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Luigi Galaxy. Bis zum nächsten Mal. Um mal. Tschau Leute. Bis zum nächsten Mal.